Hallo, guten Morgen. Schön, dass Sie alle heute wieder dabei sind bei der Jahrespressekonferenz der NADA. Ja, im letzten Jahr haben wir es schon digital gemacht. Wer hätte gedacht, dass es dieses Jahr wieder digital sein wird und wir uns nicht sehen können. Von daher vielen Dank, dass Sie sich auch wieder so bei uns einlassen, das digital durchzuführen. Ich habe noch ein paar Housekeeping-Messages, die ich gerne loswerden wollen würde, bevor ich dann an den Vorstand abgebe. Wir werden das so wie in den letzten Jahren auch handhaben, dass ich gleich an den Vorstand weitergebe und die beiden dann kurz das letzte Jahr Revue passieren lassen und auch auf aktuelle Anti-Doping-Themen eingehen. Und dann haben wir genügend Zeit für Fragen. Wir machen das wie im letzten Jahr auch. Sie haben auf der rechten Seite ein Panel. Dort sehen Sie eine kleine Hand. Ich würde Sie bitten, dass Sie die Handraising-Funktion nutzen, damit ich weiß, dass Sie eine Frage stellen wollen. Ich würde dann jeweils aufrufen, wer dran ist. Also ich werde Sie nach Reihenfolge aufrufen sozusagen. Also wer zuerst die Hand hebt, ist auch zuerst dran. Ich mache die Mikrofone dann laut für Sie. Sie müssen also nichts machen. Ich stelle Sie frei. Bezüglich sollte es technisch nicht funktionieren. Ich würde Sie einfach dann übergehen und hoffen, dass Sie die Frage einfach in die Fragestation stellen. Auf der rechten Seite ist eben auch so ein Fragekästchen. Ich lese es dann auch am Ende noch vor. Ansonsten zur Not per E-Mail nochmal hinterher schicken. Wir würden auch per E-Mail antworten. Sie sehen auf der rechten Seite auch eine Ecke, die heißt Unterlagen. Dort finden Sie den aktuellen Jahresbericht, ein Factsheet mit den wichtigsten Zahlen aus dem letzten Jahr. Das können Sie sich alles herunterladen, sodass Sie dann auch die Unterlagen von uns alle haben. Dann noch eine Sache. Sie sehen in der Mitte, es wird gleich noch eine Präsentation geben. Es gibt dann in der Mitte einen grauen Balken. Sie können dann das Fenster verändern. Das heißt, wenn Sie also lieber den Vorstand größer haben und die Präsentation kleiner, können Sie das nach unten verschieben oder eben andersrum nach oben verschieben, sodass Sie die Ansicht haben, die Sie haben wollen. Genau. Und nochmal der Hinweis, Sie sind jetzt eben stumm geschaltet. Ich würde Sie dann freischalten, wenn Sie dann eben nachher auch Fragen haben. Sie kriegen am Ende der Pressekonferenz einen kurzen Feedbackbogen. Wir würden uns also freuen, ein kurzes Feedback zu bekommen. Und noch der datenschutzrechtliche Hinweis, also mein letztes Housekeeping, meine letzte Housekeeping-Message. Wir zeichnen das Ganze auf. Also wir versuchen es auch am Ende zur Verfügung zu stellen, sodass man sich das Ganze nochmal anhören kann. Das kann allerdings ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, bis das System uns alles zur Verfügung stellt. Und dann reiche ich jetzt auch schon an den Vorstand weiter. So, hier sind wir auch da. Vielen Dank, Frau Gunthoff. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Ja, auch in diesem Jahr wieder digital und somit das zweite Mal. Aber eine gewisse Routine hat sich hier ja auch eingestellt. Und wir freuen uns, dass Sie auch diesen Weg gefunden haben, um heute mit dabei zu sein. Die NADA blickt erneut auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Durch die schnelle Entwicklung neuer Kommunikationsstrategien lief die Anti-Doping-Arbeit trotz Lockdown und vieler Einschränkungen im öffentlichen Leben sowie im Sport auf hohem Niveau weiter. Lassen Sie uns vielleicht auch mal im Januar 2020 beginnen, als Präventionsveranstaltungen mit 100 Personen noch möglich waren. Das Kontrollsystem mit dem Olympia-Testprogramm für Tokio im Jahr 2020 auf aktuellem Kurs lief und die NADA zum 1. Januar in die institutionelle Förderung überführt wurden. Aber es kam bekanntlich anders als gedacht zu diesem Zeitpunkt. Fangen wir doch mit der Finanzierung an. Und ich glaube, ich habe diesen Punkt selten so entspannt vorgetragen wie in diesem Jahr. Grundlage aller Maßnahmen ist die Finanzierung der NADA, die dank der institutionellen Förderung durch den Bund seit dem 1. Januar 2020 auf einem sicheren Fundament steht. Das Gesamtbudget des operativen Geschäfts beliebt sich 2020 auf rund 10 Millionen Euro, davon 6,94 Millionen Euro aus Bundesmitteln, was in etwa einem Anteil von 70 Prozent entspricht. Hierin sind enthalten 2,4 Millionen Euro für Forschungs- und Analysezwecke, die die NADA an die beiden deutschen WADA-akkreditierten Labore in Köln und Kreischer nach entsprechender gutachterlicher Prüfung weiterleitet. Die Finanzierungsbeteiligung der Länder für die Durchführung von Präventionsprojekten belieb sich in 2020 auf 435.000 Euro. Die Zuwendung des Sports betrugen 630.000 Euro. Die Kontrollkosten der nicht geförderten Spitzenverbände wurden mit knapp 1,1 Millionen Euro beglichen. Gehen wir weiter in das nächste und unser Dopingkontrollsystem. Die NADA hat verstärkt an innovativen Lösungen gearbeitet, um die sauberen Sportlerinnen und Sportler insbesondere während der ersten Covid-19-Welle und der Aussetzung von klassischen Dopingkontrollen zu unterstützen. Unter anderem wurde das Projekt zur Dry Blood Spot Methode initiiert, um das Dopingkontrollsystem gemeinsam mit den Athletinnen und Athleten weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu gestalten. Die NADA begrüßt die nun offizielle Einführung der DBS-Methode bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio. Die Anzahl der Trainingskontrollen der NADA des vergangenen Jahres ist auf einem vergleichbar hohen Niveau wie in den Vorjahren. Aufgrund der vielen Wettkampfabsagen konnten in diesem Bereich die Kontrollen nicht im gleichen Umfang durchgeführt werden. Sehen wir uns das Dopingkontrollsystem doch einmal in Zahlen an. Mit insgesamt 9.572 Kontrollen, das entspricht 11.970 Proben, wurde das Kontrollsystem unter den Bedingungen der Pandemie angemessen durchgeführt. In Zusammenarbeit mit den beiden VADA-akkreditierten Laboren, die in der Analytik weltweit führend sind, kann die NADA immer die neuesten Nachweisverfahren routinemäßig anwenden. Wir werden hier eine detaillierte Auflistung auf Seite 7 des Jahresberichts finden. Ich möchte hier exemplarisch mal zwei Substanzgruppen herausgreifen. Das ist zum einen die Erythropoese-stimulierenden Substanzen, kurz auch EPO genannt. Hier haben wir 3.294 Analysen durchgeführt und auch im Bereich des Wachstumshormonen und seiner Releasingfaktoren wurden 3.697 Proben darauf analysiert. Aber insbesondere die Auswertung der Profile des biologischen Athletenpasses zusammen mit der Athlete Passport Management Unit des Kölner Labors waren in 2020 von großer Bedeutung. Dieses biologische Warnsystem ermöglicht es den Expertinnen und Experten der NADA, gerade nach Lockdown-Phasen etwaige Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren. Die NADA forciert zudem die Langzeitlagerung von Proben seit vielen Jahren. Neuerdings können bis zu 3.000 Proben jährlich für maximal zehn Jahre unter entsprechenden adäquaten Bedingungen für eine spätere Reanalyse aufbewahrt werden. Der Ausbau der hierfür notwendigen Strukturen hat sich bewährt. Das Olympiatestprogramm musste im letzten Jahr zeitweise ausgesetzt werden und läuft mit der Verschiebung der Spiele wieder im Zeitplan und auf gemohntem Niveau. Die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Tokio stehen im Fokus des Doping-Kontrollsystems. Aber auch die Vorbereitungen für Peking 22 laufen auf Hochtouren. Im Bereich der Kontrolltätigkeit ist für uns auch die internationale Zusammenarbeit wichtig. Die NADA initiierte einen regelmäßigen digitalen Austausch im Bereich der Kontrollplanung mit den Expertinnen und Experten anderer NADOs aus aller Welt. Maßgeblich konnten so frühzeitig die Hygienerichtlinien bei Dopingkontrollen mitgestaltet werden. Diese Richtlinien dienen dem Schutz aller am Prozess beteiligten Personen und werden fortlaufend an aktuelle Anforderungen adaptiert. Auch der für uns so wichtige Bereich der Prävention hat einiges an Veränderungen hier mit sich gebracht. Die Präventionsarbeit konnte während der Covid-19-Pandemie durchgehend gewährleistet werden. Für die Fortführung der Aufklärungsarbeit hat das Ressortprävention ein großes Online-Angebot geschaffen. Der E-Learning-Kurs wird auch weiterhin verstärkt genutzt und die Workshops werden digital angeboten. In der Entwicklung haben wir hier einige Zahlen zusammengestellt im Präventionsprogramm gemeinsam gegen Doping. Der erste Teil 23 Infostand-Einsätze, das ist etwas, da mussten wir wirklich zurückstecken im Rahmen der Pandemie. Wir hatten 139 geplant, aber wir haben das durch andere Maßnahmen kompensiert. Wir haben 152 Schulungen und Workshops, nahezu wie geplant, digital und teilweise auch vor Ort durchgeführt. Wir konnten über 8000 Neuinstallationen der NADA-App registrieren. Und auch beim E-Learning hatten wir über 15.000 Neuregistrierungen. Und ganz erfreulich, dass über 13.000 Personen diesen Kurs durchlaufen haben, hinterher auch entsprechende Fragen beantworten und ein entsprechendes E-Learning-Zertifikat erhalten haben. Das digitale Angebot der Prävention wurde durch die Entwicklung einer E-Participation-App gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Sportwissenschaft und Athleten Deutschland erweitert. Zudem sind alle Broschüren für die unterschiedlichen Zielgruppen überarbeitet worden und erscheinen im frischen, zeitgemäßen Look. Auch das E-Learning-Programm gemeinsam gegen Doping wird in Kürze zukunftspreisende neue Strukturen angeben. Bei der internationalen Zusammenarbeit ist natürlich für uns auch immer wichtig, einen Blick über die Landesgrenzen zu werfen und hier auch zu kooperieren. Unter den besonderen Umständen der Pandemie initiierte die NADA einen regelmäßigen digitalen Austausch mit Expertinnen und Experten internationaler Anti-Doping-Agentur. Nur durch diesen Erfahrungsaustausch und die unterstützenden Fachdiskussionen kann es gelingen, die Anti-Doping-Arbeit für die Zukunft weiterzuentwickeln. Die internationalen, aber auch nationalen Projekte sind aus meiner Sicht hier von großer Bedeutung. Da gilt es zum einen zu erwähnen und vorletzte Woche mit einem internationalen digitalen Symposium abgeschlossen, National Anti-Doping Governance Observer, abgekürzt NATGO, das nochmal ganz wichtige Impulse auch für die Governance-Strukturen der nationalen Anti-Doping-Agenturen gesetzt hat. Dann aber auch im Bereich der Prävention das Projekt RESPECT. Die genaue Ausführung können Sie hier auch nachlesen. Das ist eigentlich gerade bei diesen beiden, das sind beides Erasmus-Plus-Projekte der EU, dass man hier eigentlich immer schöne Abkürzungen wählt, aber doch einen sehr umfassenden Inhalt in diesen Projekten hat. Diese Projekte laufen mehrjährig. Aber für uns wichtig war auch die systematische Auswertung der Anwendung von Analgetika, auch Schmerzmittel genannt in den verschiedenen deutschen Fußball-Ligen, aber auch Cannabidiol, was nicht auf der Doping-Liste steht, aber als mögliche Doping-Falle sein, darstellen kann. Das haben wir untersucht in Zusammenarbeit mit dem Institut für Biochemie der Deutschen Sporthochschule Köln. Und nicht zuletzt bei dieser Auswahl hier die Evaluation des NADA-Codes. Und das ist für mich direkt das Stichwort an den Kollegen Dr. Lars Mordziper weiterzugeben, in dessen Bereich dieses Thema fällt. Ich bedanke mich und stehe Rückfragen selbstverständlich gleich zur Verfügung. Ja, vielen Dank, Andrea Gottsmann. Herzlich willkommen auch von meiner Seite nochmal in die Runde. In der Tat immer wieder ein gewöhnungsbedürftiges Format, nicht zu Ihnen persönlich sprechen zu können, um Ihnen da vielleicht auch noch ein paar Themen aus dem Rechtlichen mitzubringen. Ich möchte vier Themenschwerpunkte in den nächsten Minuten vorstellen und skizzieren. In der Tat, das Thema der Umsetzung des Welt-Anti-Doping-Codes und den nationalen Anti-Doping-Code 21 stand im letzten Jahr auf der Agenda mit verschiedenen Themen, unter anderem, und das ist das, womit wir ja auch dieses Jahr gestartet sind, ist die Konflikt- oder Spannungssituation zwischen dem staatlichen Recht und dem Sportrecht, hier insbesondere das Thema Datenschutz. Dann kriegen Sie, wie gewohnt, auch im Jahresbericht Zahlen, Daten und Fakten zu den Verfahren aus dem letzten Jahr, auch zu aktuellen Konstellationen, die wir auch 2020, 2021 im Bereich Recht verfolgt haben. Und schließlich im Bereich Intelligence, Investigation, Whistleblower-System und Integrität im Sport möchte ich gerne dann meinen Vortrag abholen. Im Mittelpunkt 2020 stand eindeutig aus der rechtlichen Sicht die Umsetzung des NADA-Codes. Wenn die Pandemiesituation vielleicht ein Gutes hatte, dann hatten wir deutlich mehr Zeit im Bereich Recht, uns mit den umfangreichen Änderungsvorschlägen, Änderungsmaßnahmen des Welt-Anti-Doping-Codes zu beschäftigen und diese dann auch wirklich zügig in den nationalen Anti-Doping-Code umzusetzen. Das ist uns gelungen. Wir waren eine der ersten nationalen Anti-Doping-Organisationen, die bereits im August 2020 die Compliance-Erklärung der Welt-Anti-Doping-Agentur bekommen hatte und somit frühzeitig auch in Deutschland mit den Sportfachverbänden die Umsetzung des Regelwerks betreiben konnten. Weiterhin unterstützen wir sowohl national als auch international diesen Umsetzungsprozess mit dem Know-how, was wir aus diesem Compliance-Prozess gewonnen haben und dementsprechend können wir da auch gerade im europäischen Bereich NADOS unterstützen. Wichtig ist, dass der NADA-Code als hohes Gut wahrgenommen wird. Wir haben es eben gesehen, die Evaluation des NADA-Code 2015 hat in zwei Versionen gezeigt, dass die Athleten durch die Bank sagen, der NADA-Code hat eine hohe Steuerungskraft in Bezug auf das Verhalten deutscher Athletinnen und Athleten. Das heißt also, dieser Normtext wird auch als solcher wahrgenommen. Und das ist wichtig. Das ist ja das Hauptziel auch der Welt-Anti-Doping-Agentur. Und es ist schön zu sehen, dass, wenn sich über 10 Prozent aller Testpool-Athleten und Athleten an solchen Studien beteiligen, tatsächlich auch die Wahrnehmung bei der Hauptzielgruppe, Hauptansprechpartnerinnen und Sportler sind nämlich die Athletinnen und Athleten, dass es so gut ankommt. Von daher machen wir auch weiter gemeinsam mit den Sportfachverbänden und mit den entsprechenden Interessengruppenvertretungen der Sportlerinnen und Sportler. Das Regelwerk hat aber immer wieder auch Spannungsfelder, immer wieder auch Schnittpunkte zum staatlichen Recht. Und in den letzten Jahren immer mal wieder wellenförmig war das Thema Datenschutz ein zentrales. Es ging um die Veröffentlichung von Sanktionsentscheidungen. Da hat der NADA-Code, auch der WADA-Code ausführliche Artikel zustatuiert. Aber wir müssen da natürlich auch immer konstatieren, dass diese Regelungen in einem Verhältnis in Deutschland dem geltenden Datenschutzbestimmungen entsprechen muss. Und die für die NADA zuständige Landesbeauftragte des Datenschutzes in Nordrhein-Westfalen hat dieses in einem Einzelfallverfahren geprüft und kommt zu dem Ergebnis, dass eine valide Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung von Sanktionsentscheidungen im Internet in einer Datenbank der NADA nicht folgt. Das war für uns erst mal schon ein Schock. Es war für uns erst mal ein Turning Point dahingehend zu sagen, wir sind davon ausgegangen, dass Anti-Doping-Gesetz, Anti-Doping-Regelwerke, Einwilligungserklärungen der Athletinnen und Athleten eine valide Grundlage darstellen können. Aber wir haben uns auch darauf relativ zügig eingestellt. Sie haben es den Pressemitteilungen von uns auch entnommen. Wir arbeiten mit den zuständigen Stellen, insbesondere auch mit dem Bundesjustizministerium, mit der WADA und mit entsprechenden Stellen daran, möglichst valide Rechtsgrundlagen zügig zu implementieren. Aber dabei ist weiterhin das Problem, dass das deutsche Recht keine Prangerwirkung von Urteilen im Internet kennt und es auch entsprechend nicht zulässt. Der Datenschutz, das kennen wir auch aus anderen Bereichen, hat da einen sehr hohen Stellenwert. Nichtsdestotrotz werden wir uns international dafür einsetzen, dass dieses Thema auch vielleicht ein bisschen prominenter dargestellt wird, gerade auch in der internationalen Anti-Doping-Arbeit. Komme ich zu Zahlen, Daten und Fakten aus dem Jahr 2020. Natürlich, die Pandemie hat sich auch auf die Verfahrenssituation ausgewirkt. Weniger Kontrollen ergibt letztlich auch sicherlich weniger Verfahren. Im Jahr 2020 waren es 35 mögliche Verstöße, die wir bei der NADA verfolgt haben. Es kamen zu sechs Sanktionen im laufenden Jahre 2020. Die Meldepflicht- und Kontrollversäumnisse lagen bei 289 felsgestellten Strikes ungefähr 10 bis 12 Prozent unter dem des Vorjahres. Eine detaillierte Übersicht der einzelnen Fallgestaltungen und Fälle nehmen Sie dann bitte auch dem Jahresbericht. Wichtig ist aber an der Stelle noch mal darauf hinzuweisen, dass 2020 auch die Möglichkeit bestand, laufende Verfahren aus den Vorjahren 2018, 2019, so wie ich es letztes Jahr auch dargestellt habe, Verfahren werden umfangreicher, werden länger, dauern länger, abschließen konnten. 25 Verfahren konnten wir im letzten Jahr zusätzlich abschließen. Und von diesen 25 Verfahren mit unterschiedlicher Zuständigkeit, teilweise von der NADA, teilweise von internationalen Verbänden, im Zuständigkeitsbereich kamen wir zu 23 Sanktionen. Auch das finden Sie im Jahresbericht. Also dieser Versatz der Jahresstatistik setzt sich fort. Wir haben also Altfälle, die abgeschlossen werden konnten, mit Sanktionen zwischen 16 Monaten und 4 Jahren. Und daher ist das sicherlich auch etwas gewesen, was wir vorantreiben konnten im Jahre 2020 und stärker noch, als in den Vorjahren, die Verfahren zum Abschluss zu bringen. Ja, wie ich sagte, die Verfahren dauern länger, werden komplexer. Rechtsmittelverfahren zum KAS sind mehr geworden. Die NADA hat im Jahre 2020 insgesamt im Schnitt 6 bis 8 Verfahren vor dem KAS geführt, führt sie auch weiterhin. Das zeigt, dass auch Fälle internationaler werden. Das zeigt, dass die Rechtsprechung des KAS weiterhin auch für deutsche Verfahren gefragt ist und dementsprechend auch von uns genutzt wird. In dem Zusammenhang Internationalität lässt sich sagen, dass die Operation Adalas weiterläuft, auch wenn das Verfahren gegen den Hauptangeklagten oder Hauptbeschuldigten Dr. Schmidt abgeschlossen ist. Mit einer mittlerweile rechtskräftigen Verurteilung vor dem Landgericht München und die sportrechtlichen Verfahren laufen weiter. NADA hat zwei eingeleitete Verfahren weiterhin betraut und wird sie auch im Jahre 2021 fortsetzen. Dementsprechend werden wir da auch weiter mit international zusammenarbeiten. Und da komme ich dann schon zum letzten Punkt. Intelligence Investigation. Der Bereich, der dann natürlich auch im Lockdown funktionierte, denn die Auswertung von Informationen, von Einzelpunkten konnte natürlich auch fortgesetzt werden. Wir haben weiterhin über unsere Whistleblower-Hotline Informationen bekommen, die wir dann international mit Kolleginnen und Kollegen gerade aus der Schweiz und Österreich auswerten und weiterverfolgen konnten. Wir haben es auch weiterhin so gehalten, dass wir Austauschtreffen und Workshops mit staatlichen Ermittlungsstellen digital durchgeführt haben. Zweimal im Jahr sogar im Jahre 2020 und in der digitalen Form Ende des Jahres hatten wir sogar einen Teilnehmerrekord von fast 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem Bereich der Ermittlungsbeamte. Sachverhalten sind wir insgesamt über 20 nachgegangen, insbesondere auch mit unserem Partner Sportradar, um tatsächlich zu schauen, wie international auch in Abstimmung mit der WADA möglicherweise Verfahren möglicher Dopingverstöße verfolgt werden. Das alles zeigt, und damit möchte ich jetzt schließen, dass über die Jahre hinweg bei der NADA ein System gewachsen ist zum Schutze der Integrität des Sports. Wir haben von uns gehört, dass wir nicht nur Dopingkontrollsystem und Präventionsmaßnahmen voranbringen, sondern uns vor allen Dingen auch mit diesem Thema des Whistleblower-Schutzes und der Integrität des sportlichen Wettbewerbs eingesetzt haben. Der Anti-Doping-Bereich ist einer der ersten gewesen, der über eine entsprechende gesetzliche Grundlage verfügt, neben den sportspezifischen Regeln. Wir haben gehört, dass wir regelmäßig auch das Thema Good Governance überprüfen, um die Struktur auch der Anti-Doping-Organisationen immer wieder zu hinterfragen im nationalen und internationalen Kontext. Im Moment läuft eine große Good Governance-Strategie und Überarbeitung auch der Welt-Anti-Doping-Aventur. Wir haben eine unabhängige Sportschiedsgerichtsbarkeit, die uns ermöglicht, ein dem staatlichen System angegliedertes Projekt in den Sportbereich zu überführen. Alles das sind gute Argumente, gewichtige Argumente, sie einzubringen über den Anti-Doping-Bereich hinaus. Und das tun wir seit einiger Zeit und haben es im letzten Jahr auch vertieft, zum Beispiel mit Athleten Deutschland, mit der Athletenvertretung, mit Transparency International, aber auch mit dem DUSB und dem Deutschen Fußballbund, um zu schauen, wie man diese vielversprechenden, guten und gewachsenen Strukturen einsetzen kann in ein Gesamtsystem der Integritärensport. Und da möchten wir auch trotz der Pandemielage nicht nachlassen, uns dort einzubringen mit den Erfahrungswerten, die wir haben, die wir gesammelt haben und dementsprechend auch professioneller Ansprechpartner für die Athletinnen und Athleten zu sein. Das soweit die vier Punkte. Jetzt stehen wir gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank für die beiden Statements. Herr Motzif hat es gerade schon gesagt, wir haben jetzt Zeit für Fragen und ich sehe auch schon die ersten Fragen. Eine kurze Info, wie es funktioniert nochmal. Sie sehen auf der rechten Seite eine Hand. Ich sehe auch schon die zweite Frage. Also Sie haben die Hand entdeckt und ich würde Sie gleich aufrufen. Ich sehe als erstes Herrn Seppelt. Ich schalte Sie frei und Sie müssen dann auch nochmal aufs Mikro drücken, damit Sie Ihre Frage jetzt stellen können. Genau, Herr Seppelt, Sie müssen bitte nochmal auf Ihr Mikro klicken. Ansonsten gehe ich jetzt mal zu Marina Schweitzer und würde es gleich nochmal bei Ihnen versuchen, Herr Seppelt. Jetzt habe ich es. Ah, okay. Sorry. Wunderbar. Okay, guten Tag. Eine Frage an Herrn Mordziver hätte ich und zwar, Sie hatten ja von der Datenschutzbeauftragten von NRW berichtet und deren Entscheidung. Ich versuche das jetzt mal runterzubrechen. Nach meiner Erinnerung war es doch früher so, dass Athleten, die eine bestimmte Leistungsgrenze nicht überschritten haben, dass deren Nennung öffentlich nicht möglich war, während Athleten, die als Topstars sind, bei denen war die öffentliche Nennung möglich. Ich schließe aus dem, was Sie eben gesagt haben, dass die Datenschutzbeauftragte von NRW gesagt hat, dass sie im Internet gar keinen Namen mehr veröffentlichen dürfen. Habe ich das falsch verstanden? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage wäre, wenn Sie es im Internet nicht veröffentlichen dürfen, dürfen Sie dann Pressemitteilungen dazu machen? Und der Hintergrund ist natürlich der, denn wenn ein Athlet in der Öffentlichkeit durch sportliche Erfolge auftritt, also wenn dann diese sportlichen Erfolge durch Noping erzielt werden, dann darüber nicht mehr, ob das nicht mehr provoziert werden darf, dann sehe ich natürlich einen gewissen Widerspruch da. Ja, vielen, vielen Dank für die Nachfrage. In der Tat habe ich es jetzt in dem Statement kurz gehalten. Das kann ich gerne nochmal vertiefen. In der Tat ist es so, dass die fehlende valide Rechtsgrundlage uns dazu bringt, natürlich zu prüfen, was denn tatsächlich geht und was nicht geht. Weiterhin geht natürlich die Vorgaben des Codes, des WADA-Codes und des NADA-Codes zu erfüllen, die Institutionen, also sprich die Verbände, die WADA, internationale Verbände, Major Event Organizations natürlich darüber zu informieren, wenn ein Athletin oder ein Athlet gesperrt ist. Also den Kreis derjenigen, die es tangiert, die eine Sperre umzusetzen haben, die werden auch weiterhin informiert, auch auf digitalem Wege, auch auf kurzfristigem Wege. Das ist weiterhin möglich. Darüber hinaus besteht auch weiterhin im Lager der NADA die Möglichkeit, Pressemitteilungen zu machen, von denen wir ja auch Gebrauch machen. In der Tat ist es da aber so, dass uns bislang dort die Datenschutzbeauftragten ein wenig alleine lassen mit der Maßgabe, wo die Grenze liegt. Sie haben auch am Anfang gesagt, dass egal welcher Athlet, egal welcher Athletin es ist, das Persönlichkeitsrecht immer vorrangig zu prüfen ist. Wir selbst sind aber der Auffassung, und das rechtlich auch fundiert, dass wir ab einer Grenze des Leistungssports, und da definieren wir insbesondere auch Kaderzugehörigkeiten und internationale Wettkampftätigkeit, sehr offensiv auch in Pressemitteilungen und in Mitteilungen gehen können. Wichtig ist halt, dass dieses Konstrukt der Datenbank eben nicht mehr so funktioniert. Also vor allen Dingen auch das dauerhafte Online-Stellen von Entscheidungen und von Maßnahmen, das muss überprüft werden. Wie gesagt, wir haben es beim Bundesjustizministerium im Rahmen der Anti-Doping-Gesetzüberarbeitung sehr stark hinterlegt. Es wird auch weiterhin diskutiert. Also unser Petitum ist weiterhin ähnlich, zum Beispiel wie in Österreich, das Ganze auch in die gesetzliche Grundlage zu bringen. Denn das hat man auch gemerkt, die Landesdatenschutzbeauftragten in NRW haben sich auch nicht so richtig wohl damit gefühlt, diese Entscheidung zu treffen, weil sie eben nichts an der Hand hatten, zum Beispiel vom Bundesgesetzgeber oder von internationaler Seite. Darf ich kurz nachfragen? Wenn Sie das nicht in der Datenbank veröffentlichen dürfen, laut Entscheidung der NRW-Datenschutzbeauftragten, Sie jetzt aber trotzdem sagen, dass Sie das quasi ein Stück weit auch herausfordern, weil Sie glauben, dass es nicht in Ordnung ist. Faktisch wäre es ja dann so, in der Datenbank wäre es nicht drin, aber eine Pressemitteilung, die Sie publizieren, da wäre es drin. Und diese Pressemitteilung wäre ja auch bei Ihnen auf der Website. Also insofern weiß ich ja die Katze den Schwanz. Auch da müssen wir natürlich, sind wir dann gehalten, Pressemitteilungen ja nur noch periodisch veröffentlichen zu können, eben nicht mehr in ein Archiv zu überführen, wenn es denn tatsächlich personenbezogene Daten von diesen Athleten und Athleten betrifft. Natürlich, klar. Also da endet nicht der Datenschutz, nur weil es eine Pressemitteilung ist. Aber durch eine Presseaussendung haben wir nochmal die Möglichkeit, das Ganze von einem anderen rechtlichen Thema aus zu beleuchten und dadurch nochmal ein Gegengewicht, auch was die valide Rechtsgrundlage und das Mitteilungsbedürfnis angeht, tatsächlich auch festzustellen. Aber es bleibt spannend. Es ist da relativ fragil. Und wie gesagt, die Entscheidung der Landesdatenschutzbeauftragten hat uns für die Anti-Doping-Arbeit nicht wirklich unterstützt. Und wir sind damit auch nicht so richtig glücklich. Vielen Dank. Ich habe als nächstes Marina Schweitzer bei mir. Und dann, ich sehe auch ihr Mikro schon. Dann habe ich den Oliver Kern und den Jörg Mebus. Dann hoffe ich jetzt mal, dass es auch funktioniert. Hören Sie mich? Nee, Sie hören mich nicht, oder? Doch. Ja, okay, alles klar. Sehr gut. Ich bin so ein bisschen leid geprüft, was das Mikro angeht, trotz Radio. Ich habe ein paar Fragen. Die sind aber knapp. Also erstens würde mich mit Blick auf Japan und Olympia interessieren, eine Einschätzung von Frau Gotzmann und Herrn Mordziefer, wie Sie das mit der Chancengleichheit jetzt bewerten. Die Pandemie ist ja in unterschiedlichen Erdteilen, ich sage mal, tobt jetzt gerade sehr unterschiedlich. Und es gab ja auch schon Bedenken von Athletenseite, dass zum Beispiel Quarantänen da auch als Möglichkeit genutzt werden, weil man ja dort nicht getestet werden kann, dann zu dopen. Also ich würde gerne eine Sichtweise auf die Chancengleichheit abfragen. Dann vielleicht auch noch mal eine Beurteilung zu den Testverfahren bei der anstehenden Fußball-EM haben wollen. Und ja, gerade was die internationale Perspektive angeht, Sie haben jetzt über den WADA-Code schon gesprochen, aber gerade was die internationale Vergleichbarkeit angeht, noch einfach mal ganz offen fragen, ob Ihnen jetzt momentan da die WADA, was die internationale Vergleichbarkeit angeht, genug tut, jetzt wo wir diese beiden internationalen Großevents vor uns haben. Ja, vielen Dank. Dann würde ich das Ganze mal in der Beantwortung über den großen Punkt Chancengleichheit sehen. Ja, es ist natürlich schwierig mit der Pandemie. Und wir haben das eben auch gesehen, den Verlauf auch in unserem Doping-Kontrollsystem. Da können wir eigentlich die einzelnen Wellen und Pandemie-Phasen so nachvollziehen. Und das muss man sagen, das ist weltweit natürlich unterschiedlich gewesen. In Asien anders als in Europa oder auch in Nord- und Südamerika. Aber das, was ich weiß, ist, dass man eben versucht hat, mit neuen Impulsen, neuen unterschiedlichen Ansätzen, auch das Doping-Kontrollsystem in etwa auf diese Herausforderungen der Pandemie anzupassen. Wir haben diesen Great Blood Spot mit Unterstützung der Athletinnen und Athleten. Das sind alles Kandidatinnen und Kandidaten für Tokio und haben doch auch breite Unterstützung erfahren, dass hier der saubere Sport gewollt ist. Und wir versuchen, alles einzusetzen und möglich zu machen mit den Hygienemaßnahmen, die laufend überprüft und verstärkt wird, das Kontrollsystem so aufrecht zu erhalten, wie es für eine Teilnahme an Olympischen Spielen adäquat ist. Und das ist uns auch gelungen. Also auch in diesem Jahr, nachdem klar war, dass die Spiele in 2021 verschoben werden, hat unser Team hier alles möglich gemacht, um die Trainingskontrollen, Wettkämpfe sind ja in großer Zahl ausgefallen noch im letzten Jahr, die Trainingskontrollen zu forcieren mit einem deutlich höheren Aufwand, was die Planung, die Durchführung angeht und eben auch die entsprechende Bedingungen. Und ich kann eigentlich von unseren Zahlen sprechen, unserem Einsatz für den sauberen Sport und für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nach Tokio fahren, dass wir hier sehr viel gemacht haben. Und ich weiß auch, dass andere Antidokio-Organisationen entsprechend dafür kämpfen und sich einsetzen, aber immer noch mit gewissen Restriktionen, sei es Reisebeschränkungen innerhalb eines Landes, zwischen den Ländern oder aber auch Lockdown-Phasen. Ich würde sagen, wir haben das Beste, was geht, möglich gemacht. Und ich glaube schon, dass die Athletinnen und Athleten sich hier einer gewissen Sicherheit der Chancengleichheit gegenübersehen. Wir hätten es uns alle anders gewünscht, aber ich glaube doch, dass die ganzen Initiativen auch zusammen mit der Welt-Anti-Doping-Agentur oder auch der ITA, die dieses vorolympische Programm mit koordiniert, gut aufeinander abgestimmt laufen. Zur Fußball-Europameisterschaft, was hier die Vorbereitung angeht, ist es natürlich so, dass die deutschen Nationalspieler auch dem Doping-Kontrollsystem der NADA unterliegen. Und auch hier laufen die entsprechenden Strukturen einwandfrei. Und wir haben ja auch im Fußball gesehen, dass wir im letzten Jahr im Mai, als der Spielbetrieb wieder aufgenommen war, die Ersten auch mit am Start waren, als bald vor leeren Rängen die Spiele stattfanden, aber das Doping-Kontrollsystem gleichzeitig wieder mit aufgenommen wurde. Und so haben wir uns auch strategisch mit dem Ziel Europameisterschaft 21 aufgestellt. Und alles, was die Kontrollen dann während der Europameisterschaft anbetrifft, dafür ist die UEFA zuständig. Ich hoffe, ich habe Ihre Fragen, sobald ich jetzt alle, beantwortet. Als nächstes hätte ich ansonsten den Oliver Kehr. Ich habe Sie jetzt freigeschaltet. Sie können sprechen. Sie sind sehr leise. Können Sie sich ein bisschen lauter stellen? Das weiß ich nicht, aber ich versuche direkt ins Mikro zu sprechen. Jetzt geht es besser. Ich hatte fast die gleichen Fragen, würde ich deshalb gerne noch mal nachfragen. Zum Thema Chancengleichheit. Haben Sie denn einen Einblick dabei, in welchen Ländern es vielleicht noch nicht so gut gelaufen ist? Weil da, also Sie sprechen ja von Zusammenarbeit mit anderen Ländern oder mit anderen NADOs. Können Sie da sagen, in welchen Ländern es vielleicht überhaupt keine, über Monate vielleicht überhaupt keine Tests gegeben hat, wegen strengeren Hygiene- oder Lockdown-Maßnahmen oder welchen Gründen auch immer? Und zur EM auch noch mal die Nachfrage. Ich kann mich erinnern, es gab eigentlich immer bei einem Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft, kam dann einmal die NADA-Kontrolleure vorbei. Vielleicht habe ich die Meldung diesmal bisher überlesen. Oder waren Sie schon da oder gibt es das noch? Ja, das ist sozusagen die Frage, ob es hier eine Ähnlichkeit gibt zu den Turnieren, die es sonst immer gegeben hat. Danke. Ja, vielen Dank. Fangen wir mit der letzten Frage an. Die werde ich natürlich nicht beantworten. Ähnlichkeiten wird es niemals geben. Das Doping-Kontrollsystem darf nicht ausrechenbar, berechenbar sein. Wir haben hier unsere entsprechenden Planungen natürlich alle. Wir haben auch schon Kontrollen durchgeführt. Aber da haben Sie bitte Verständnis, dass das ganz alleine hier in unserem Ressort-Doping-Kontrollsystem gehandhabt wird und dass es dazu keinerlei Auskünfte gibt. Ja, die Chancengleichheit, das ist halt die Problematik, die wir sehen mit den unterschiedlichen Restriktionen in den Ländern. Auch uns ist es nicht möglich, immer in alle Länder zu reisen oder unsere Kontrolleure zu schicken, wo wir dann versuchen, mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort entsprechend Athletinnen, deutsche Athletinnen im Ausland zu kontrollieren. Aber es ist ganz schwierig, hier einen Überblick zu geben. Jedes Team der NADOS bemüht sich hier, das, was möglich ist, zu machen. Auch in Zusammenarbeit mit der Internationalen Testing-Agentur. Und das sind hinterher Zahlen, die wir von der Welt-Anti-Doping-Agentur zur Verfügung gestellt bekommen. Und hier gibt es auch schon erste Statistiken, wie sich das im letzten Jahr entwickelt hat. Aber das sind teilweise tagesaktuelle Entwicklungen. Und da ist es sehr, sehr schwierig, hier einzelne Länder, einzelne Regionen aufzugreifen. Also was wir wissen in Zusammenarbeit, insbesondere in Europa, dass es hier eben auch aufgrund der langsam entspannenden Pandemielage und der wirklich strikten Hygieneregeln, Hygienemaßnahmen, die überall eingeführt sind, eigentlich zu einem relativ normalen Ablauf dieser Testsysteme kommen. Wir haben ja auch die Diskussion gehabt, was ist mit Quarantäne? Ist das ein vorgeschobener Grund, sich einer Dopingkontrolle zu entziehen, insbesondere im Trainingsbereich? Wir haben das nochmal genau evaluiert, sowohl für das gesamte letzte Jahr als auch für dieses Jahr. Wir haben ja keinerlei Auffälligkeiten gesehen, dass sich Athleten sozusagen in Reihe in die Quarantäne begeben. Das gibt es nicht. Die Anzahl ist deutlich unter einem Prozent. Das heißt, wir überprüfen das auch, inwiefern das eine offiziell behördlich angeordnete Quarantänemaßnahme ist. Das kann man uns nicht einfach so mitteilen. Das muss schon nachgewiesen werden. Und selbstverständlich werden wir innerhalb kürzester Zeit nach Ablauf dieser Quarantänemaßnahmen auch wieder hier die Kontrollen setzen und da auch nochmal ein besonderes Augenmerk drauf haben. Wir haben also auch in diesem Jahr, das ist natürlich auch immer mit den Pandemiewellen bedingt, eine Anzahl, die deutlich unter einem Prozent liegt, alle einzeln nachkontrolliert und auch von unseren Rechtsabteilungen für angemessen erklärt. Und von daher sehen wir eigentlich nicht, dass wir durch Quarantänemaßnahmen hier in unserer Arbeit groß beeinträchtigt gewesen wären. Ich habe noch eine Hand von Herrn Mebus, den ich als nächstes... Herr Mebus, Sie müssen einfach nur Ihr Mikro freischalten, dann hören wir Sie auch. Und Herr Schirmer, ich sehe Sie auch mit Ihrer Frage, allerdings sehe ich kein Mikro bei Ihnen. Ich würde Sie bitten, das bitte rechts ins Fragekästchen zu schreiben, dann stelle ich die Frage für Sie. Genau, Herr Mebus, Sie haben das Mikrofon. Ja, hallo, in die Runde. Bin ich zu hören einigermaßen? Sehr gut, danke. Danke. Vor fast genau einem Jahr lief in der ARD die Doku zum Thema Schmerzmittel, Geh- und Missbrauch im Sport, besonders im Fußball. Die NADA hat auch infolgedessen eine Studie aufgelegt, hat sich 8000 Kontrollformulare aus den Jahren 2015 bis 2020 aus den Fußball-Profi-Ligen angeguckt und auch, naja, einen ziemlich hohen Gebrauch von Schmerzmitteln in den Profi-Ligen festgestellt. Meine Frage dazu, wie sehen Sie jetzt nach mehreren Monaten den Status quo in dieser Problematik und wie spielt die NADA da jetzt Doppelpass mit dem DFB? Wie war überhaupt die Reaktion des DFB auf diese Studie? Ja, Herr Mebus, vielen Dank nochmal für diese Frage und das ist uns einfach auch wichtig gewesen, hier in dieser Gesamtdiskussion, sie ist ja dann auch nochmal im Januar im Sportausschuss vollumfänglich behandelt worden, hier einen validen Datenhintergrund zu liefern, auch da wir die Möglichkeit haben, eben über die Dopingkontrollformulare so etwas auszuwerten und das ist, glaube ich, auch ein einmaliger Einblick in diese Thematik und es ist wichtig, dass wir das Thema aufgegriffen haben und jetzt aber auch sehen müssen, dass wir mit den entsprechenden Präventionsansätzen hier zu Potte kommen, würde ich mal sagen, dass wir weiter offensiv darüber mit Spielerinnen und Spielern, aber auch über das betreuende ärztliche Personal diskutieren und hier auch entsprechende Strategien entwickeln, um diesen Schmerzmittelgebrauch reflektierter zu behandeln und eben zu sehen, wo ist es wirklich absolut unnötig, das hier einzusetzen. Da sind wir in Gesprächen, die Anti-Doping-Kommission des DFB ist auch hier mit zuständig und aber auch die medizinische Kommission, wo auch nochmal Untersuchungen gestartet worden sind. Wir sind im Gespräch, für uns ist es ein präventiver Ansatz, den wir weiter verfolgen, auch bei uns in den allgemeinen Präventionsveranstaltungen. Wir werden das aber nochmal mit ganz gezielten Programmen auch für den Fußball auflegen. Kurze Nachfrage, wie konkret ist das, wenn Sie von den Programmen für den Fußball sprechen? Ja, hier sind wir natürlich auch mit Spielervereinigungen im Gespräch. Beim DFB haben wir in der Anti-Doping-Kommission, werden wir auch einen Personalwechsel haben. Dort wird auch in der nächsten Sitzung das wieder eines der Top-Themen sein. Wir wissen auch, Toni Graf Baumann ist hier sehr aktiv und auch Experte für Schmerzmittel und die Behandlung von Schmerzen. Und da sind wir eigentlich in einem regelmäßigen Austausch. Aber es wird wahrscheinlich dann auch nach der Europameisterschaft wieder die Möglichkeit sein, sich in dieser Kommission mit den Fachleuten zusammenzusetzen. Vielen Dank, Herr Mebus. Ich habe jetzt noch die schriftliche Frage von Herrn Schirmer und ansonsten sehe ich im Moment keine Hand mehr. Wenn noch Fragen sind, gerne die Handfunktion nutzen und dann mache ich Ihnen das Mikro auf. Also Herr Schirmer fragt, wie wird das vorolympische Kontrollprogramm der ITA von der NADA bewertet? Ich wiederhole nochmal die Frage, wie wird das vorolympische Kontrollprogramm der ITA von der NADA bewertet? Ich kann hier nur sagen, dass unsere Expertinnen und Experten in der Doping-Kontrollplanung hier zusammen auch dieses vorolympische Testprogramm absolvieren. Das ist etwas, was auch in Koordination mit unseren Vorstellungen der Vorbereitung auf Olympia erlaubt. Und wir müssen natürlich abwarten, was die Gesamtzahlen hinterher anbetrifft. Wir wissen nur, inwiefern unsere deutschen Athletinnen und Athleten hier auch mit von der ITA kontrolliert werden. Aber das läuft insofern gut und auf hohem Niveau. Das Gesamtbild, da müssen wir warten bis nach den Olympischen Spielen, bis wir dann auch die Zahlen bekommen, sowohl was das Testprogramm in Tokio anbetrifft, aber eben auch die ganz wichtige Phase der Vorbereitung, die auch noch einen viel größeren Schwerpunkt einnehmen und dann eben auch neu initiiert das, was das IOC jetzt auch gemacht hat, die Möglichkeit der Langzeitlagerung. Ein Programm, was wir seit vielen Jahren schon fahren, dass das jetzt ein Angebot ist an alle nationalen Anti-Doping-Agenturen, internationalen Fachverbände und eben auch die Proben, die durch die ITA genommen werden, diese Proben in einem wirklich großen Kühllager in Lausanne einzulagern. Also auch dieses Mittel-Doping-Verstöße im Nachhinein zu verfolgen, wird intensiviert und von daher glaube ich, dass das doch sehr gute Ansätze sind und das Ganze sich auf einem hohen Niveau bewegt. Herr Mebus hat noch eine Nachfrage. Ihnen gehört das Mikrofon. Genau, an Herrn Mordsiefer, wenn ich Sie eben richtig verstanden habe in Ihren Ausführungen, laufen noch zwei durch Sie angestrengte sportrechtliche Verfahren in Sachen Adalas. Auch wenn ich mich jetzt als schlecht informiert oute, der eine müsste Thubau sein und der andere? Der andere ist noch das Rechtsmittelverfahren gegen den Allschnellläufer Robert Limmandolle. Da ist das Verfahren vor dem, da ist das Verfahren, ja erstens ist ja von dem Deutschen Sportschießgericht ein Freispruch ergangen. Diesen Freispruch haben wir nicht stehen lassen, sondern sind zum Kass damit gegangen. Und da ist das Verfahren im Moment noch anhängig und wird von uns noch weiter betrieben. Danke. Ich habe noch die Marina Schweizer und ansonsten sehe ich im Moment keine Fragen. Ich mache es, Sie sind selbst umgeschaltet. Genau, jetzt funktioniert es. Ah, ich habe mich wieder angeschaltet. Ja, vielen Dank. Entschuldigung, dass ich jetzt hier noch mal kurz nachhaken muss. Ich habe Frau Gottsmann vorhin akustisch nicht ganz richtig verstanden, als der Kollege noch mal nach der Chancengleichheit gefragt hat. Und ich will jetzt nur sicher gehen, dass ich Sie gleich richtig zitiere. Also Sie sieht aktuell die Chancengleichheit nicht gefährdet, richtig? Ja, in den Regionen, wo die Pandemie nicht den Strich durch die Rechnung machte. Ich glaube, dass in allen nationalen Anti-Doping-Agenturen, die internationalen Sportfachverbände und die ITA, das vorolympische Kontrollprogramm wirklich ausgefallen und auf hohem Niveau laufen lassen. Also das ist im Augenblick der Schwerpunkt der Anti-Doping-Arbeit, die Vorbereitung für Tokio 21, die jetzt wirklich in die Endphase gehen, auch was die Nominierungen und die Nominierungswettkämpfe an. Das ist das große Augenmerk im Augenblick. Und man versucht mit allen Mitteln dieses Programm als ein umfängliches und glaubwürdiges Programm durchzuziehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen von Ihrer Seite? Ich sehe nämlich im Moment keine Hand mehr. Ansonsten sind wir jetzt am Ende. Ich gebe noch mal eine Sekunde Zeit für eine Hand, aber ich sehe auch jetzt nichts mehr kommen. Genau. Ja, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren, dass Sie Ihre Fragen gestellt haben. Sollte jetzt im Nachgang noch irgendwas aufkommen und Sie haben doch noch eine Frage, weil Sie irgendwas im Jahresbericht gelesen haben, können Sie mich gerne jederzeit kontaktieren und wir beantworten die Fragen gerne auch noch im Nachgang. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hoffentlich das nächste Mal endlich mal wieder live und dann auch mit Unterhaltung zusammen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.